Ich möchte mit diesem Thema sprechen, wenn immer das passiert ist, dass der Imam kleiner geworden ist als am Anfang, und einfach das Imam weg ist, gehst ja nicht in die Moschee, du willst nicht, du denkst da, dich nachzudenken, und nachher denkst du, dass es nicht gut ist, du kommst ja wieder, machst deinen Salat nochmal wieder, natürlich ist das schick, natürlich Allah, das wird nur Allah wissen, wir wissen nicht, und das mit dieser Taube, Taube, muss man Taube machen, wann wird das Allah akzeptieren, Allah weiß, aber ich weiß nicht, ob das gut ist, weiter zu beten, weiter zu beten, wenn einer falsch gemacht hat. Soll man weiter beten, wenn jemand sündigt und sündigt? Natürlich. Allah Azzawajal sagt, Wahrlich, das Gebet hält ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Bedeutet, wenn man richtig betet, unterstreicht das, wenn man richtig betet, wirst du abgehalten von den hüblen Sünden, Alkohol und so weiter und so fort, wenn du richtig betest. Aber wenn du so betest, Alhamdulillah, das ist kein Gebet, das ist kein Gebet. Aber wenn du verstehst, was du sagst, Alhamdulillah, und du denkst darüber nach, dann dein Herz muss sich natürlich ändern. Du weinst, du bist beeinflusst, du merkst, du lebst weich. Wer fünfmal am Tag betet, der kann kein Alkohol trinken. Und selbst wenn, dann nicht jede zwei Minuten, sondern er denkt nach und dann versucht er und wird schwach und er versucht, aber er versucht, er gibt sich Mühe. Das ist ein Unterschied. Das heißt, das Gebet hält ab von Schändlichen und Abscheulichen. Aber wenn du das Gebet lässt, was ist mit dem Schändlichen und Abscheulichen? Dann ist der Weg frei. Und du siehst das, Wallahi l'Azim, die Leute, und ich frage euch, die das Gebet verlassen haben, sind sie schlimmer geworden? Ja. Ja oder nein? Ja. Sie sind noch schlimmer geworden. Nur mit einem Unterschied jetzt, dass sie ganz genau wissen, was sie tun. Afa ra'ayta mani ta'chadha ilahahu hawa. Siehst du auch eine andere Ayah? A ra'ayta mani ta'chadha ilahahu hawa. Hast du denjenigen gesehen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat? Und Allah hat ihn mit seinem Wissen in die Irre geführt. Vorher, er wusste nicht, dass es falsch ist mit Alkohol und Sinna und Zinsen. Er wusste nicht. Dann, Allah hat ihn recht geleitet. Er hat gebetet. Dann lässt er den Weg. Aber jetzt weiß er, dass Sinna voran ist. Weiß er, dass man nicht die Gebete verlassen darf? Jetzt macht er alles mit Aqidah. Das heißt, es gibt dann noch mehr Strafe. Und Allah hat ihn in die Irre gehen lassen mit was? Jail oder Ilm? Mit Wissen, nicht mit Unwissenheit. Das ist ein Unterschied. Das ist sehr gefährlich, das Thema. Ja, deswegen muss man an dem richtigen Weg festhalten. Ich bin Allah. Und Allah.